Musik Auf diesen Moment bin ich sehr stolz, denn kaum ein Projekt wollte ich schon so lange verwirklichen wie den Comic Physics Advent Kalender. Nun, nach fast 5 Jahren Upload-Routine, jeden Sonntag, breche ich für die Vorweihnachtszeit 2017 diese Upload-Routine und werde in 24 Tagen 24 Videos präsentieren. Nun, was wird euch in diesen Videos erwarten? Die Videos, damit euch nicht zu langweilig wird, werden 3-4 Minuten lang sein und handeln über Rechenspielereien der Physik. Die kuriose, faszinierende, zum Nachdenken anregende Rechenspielereien, die euch sicher auch in einer gewissen Weise verblüfft werden und vielleicht sogar zum Nachmachen anregen. Mehr will ich nicht verraten. Nun, noch schnell 3 Kleinigkeiten. Erstens, Frühaufsteher werden sich freuen, denn jedes Video wird um 7 Uhr in der Früh online gestaltet, das heißt, ihr habt es lang genug Zeit über den Tag verteilt, euch dieses Video auch tatsächlich anzusehen. Zweitens, alle Videos werden in der Playlist, die jetzt unten verlinkt ist, natürlich angeführt und falls ihr ein Video verpasst, könnt ihr da jederzeit reinschauen und euch diese Videos auch nachschauen, selbstverständlich. Und letztens noch, falls ihr mit Weihnachten nicht so viele positive Dinge verbindet, keine Sorge, es sind nicht nur weihnachtliche Themen unter diesen 24. Und es sei auch noch gesagt, falls ihr neueste Research-Ergebnisse sehen wollt, nach 24. Dezember geht es natürlich wöchentlich weiter und da werden wir wieder auf die neuesten E-Pas und E-Pas. Outcomes in Research weiterhin verlinken. Wir sehen uns also am Freitag, den 1. Dezember beim ersten Video von 24 und bis dahin, stay content.